7,0 ohne Abzug. Die 438 in der Bahn Landro, vorgestellt von Martina Tietchen in Reitgemeinschaft Warenwinkel. Entschuldigung, die 483. Wir waren ja in England und wir haben da ein Eiskaffee. Wir haben da einen schönen Eiskaffee, das ist schon gefreut. Und ein Eiskaffee. Kaffee mit Alkohol. Der hat es nicht geschmeckt, der hat den Betrieb aufgepowert. Wo muss man? Wo müssen wir? Auf dem Weg, auf dem Weg, und da lang. Aber danach ging es wieder schnell vorbei. Dann war eine Stunde, eine halbe Stunde weg. Das hat ja nicht Eiskaffee gewesen. Das habe ich jetzt auch probiert, nicht so geschmeckt. Nein, das schmeckt ungewöhnlich, aber es schmeckt gut. Herzlich willkommen. Hierzu wird eine Stoff, FDP, eine Eie und eine Schalte. Das ist eine gute Idee, die wir nachher sehen. Das ist eine Flüchtlinge, die wir nachher sehen,